Bistro in Bochum. Kotelett, Bratkartoffeln. Jetzt kommt noch ein Gläschen Rotwein. Jetzt stehen wir am Parkplatz hier. Was sehe ich? Yellow Cap aus New York. New York Taxi. New York Taxi. 2 Dollar per See und dann per 5 Meile 30 Cent. Ein wahnsinniger Auto. New Yorker Taxi. Yellow Cap. Hier bleibt mein Taxi. Da müsste doch jetzt kommen. Jetzt höre ich was. Was ist denn das hier nun für den Baden? Chevrolet. Eieieieiei. Eieieieiei. Eieieiei. Untertitelung des ZDF, 2020